Der Dialog der Kulturen, nicht wahr? Wissen Sie, ich habe gerade gestern mich zu Abdullah gesagt, das mit eurer Scharia, das ist doch auf deutsche Verhältnisse gar nicht übertragbar. Also wenn mal jemand was genommen hat, was ihm nicht so ganz gehört, gleich die Hand abhacken, dann würde bei uns ja der halbe Bundestag einarmig rumlaufen.